Hallo zusammen, ich stelle euch heute aus der Everyday-Serie von Clean Beauty das erste Produkt vor und zwar das Everyday Shampoo. Das Everyday Shampoo besteht durch seine hochwertigen Inhaltsstoffe, seine biologischen, natürlichen Inhaltsstoffe wie Aloe Vera und Arganöl. Arganöl ist eben für die Geschmeidigkeit, den Glanz zuständig und Aloe Vera für die Beruhigung der Kopfhaut. Es ist für die tägliche Anwendung geeignet und auch für jede Haarstruktur. Ihr habt hier eine sehr leichte Reinigung, eine sehr sanfte Reinigung, die ihr täglich anwenden könnt. Habt also Spaß mit dem Everyday Shampoo von Clean Beauty. Bis zum nächsten Mal. In weiteren Videos findet ihr weitere Produkte und viel Spaß damit.